So, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen geistigen Bullshit, denn wir sind gerade auf die glorreiche Idee gekommen, dass wir doch jetzt einfach mal lustige YouTube-Untertitel vorlesen, denn wir haben soeben mein 300-Abonnenten-Special mit Untertiteln geguckt und das war so dämlich, dass ich dachte, ich nehme jetzt einfach ein Video, was unter 10 Minuten hat und zeige euch mal, was die automatischen YouTube-Untertitel daraus hübsches zaubern. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Seol nicht in unserem Herzen bekommen soll zu einer weiteren Folge von Merck. Leute mit darunter ein oder isst, was es will. In der letzten Folge haben die Jungs die Taski und Tisa mal angeguckt. Und in dieser Folge werden wir uns zwei weitere Die Tasche ist ein Problem. Nämlich zum einen die Mitashiramus, 40 Naruto, den ganzen alten Folgen, wohin Kuno eindringt. Und zum anderen die Neat verschiedenste Erwiederbelebung in den Krieg. In den 90ern. Und sieben. Seas. Dieter Shimizu Kologna. Popstars war Eva statt Rastan. Alem. So wie zum Beispiel Omi. Und Zeug legen Sion hatte. Wir spielen. Am Wasserfall der Wahrheit zweimal Macht. Sowas kann nun geht, versteht. Das großartig anders ist vom anderen Dieter Schley. Einerseits ist sein Jutsu verändert. Und andererseits ist sein ultimatives Ziel zu verändert. Ansonsten dürfte so ziemlich alles gleich sein, wie man hier sieht im Blog. Brecher, den wir schon kennen. Das sind Prozent, die bereits bekannten Kombis hier. Und auch die seitwärts kommen dürfte. Dieselbe sein. Was aber neu ist, ist das Ziel zu, das ist nicht passiert. Und das ist es sehr witzig, wenn man dann als mehr... Das ist uncool, das ist ja witzig, wenn man damit diesen Prozent ein... ...kommst ziemlich auf den Pass geben kann. Dass sie ist nämlich einfach ein User, in den Haag ein Doppelgänger von sich selbst vor sich beschwört, der dann ganz auf den Gegner zu Golf. Kann man sozusagen als eine Art Schild verwenden. Und Prozent ist auf jeden Fall hätte ziemlich praktisch, wenn man mit ihm umgehen kann. Es braucht schon recht lange Zugraste, man kann ihn sehr einfach ausweichen. Dafür ist es ziemlich Stress, da er nur Stunden manchmal auch ziemlich nützlich. So, und wir? Wenn Sie jetzt... Ist dieses Jutze nicht kritisch? Dazu gehören ihm. Das ist quasi... Ich verschiebe es linkes Auge. Um? So muss ich das Überlegene der TOS-Victoria-Deme-Perspektive. Das ist das mit der Genese-Zugkraft und so könnt ihr, ihr um ihre sechs verschießt. Durch in-Aktivists gegen ihn zu... Woher? Degen gegen Nolle quasi. Statt drei Tage lahm, ich glaube es waren drei Tage. Eben diesen Dingen zu fest hält, aber dem Commerce glaube ich selber Folgejahre. Und der Heimleiter unendliche Schmerzen. Und ich finde sie sind so einfach mal die Epische inszeniert also. Kann ich mir den ganzen Tag anschauen, so, jetzt haben wir die Tranche in der... Wiederbelebung. Mh, auch der hat. An Rios zulässt. Ich glaube ansonsten sind die Kombis leicht, aber ich bin mir grad sogar gar... Gar nicht sich dagegen judet und dieses Mal. Und zwar... In den Geschwänzt und die Ruinen. Also der Block Rächer ist auf den Verlauf derselbe. Das sind... Das sind dieselben Kombis. Wie wir sie bereits kennen. Also bei Hitachi haben sie eigentlich recht wenig verändert. Außer der Tatsache, dass er ein neues Prozent plus vier nun der neueste Zuwachs. So, und das Neue zu Hamburger vielleicht mal zeigen. Areva nutzt nämlich das damit, heißt also Lucio zu. So wie auch... Und sein ultimatives Ziel, SOS, auch ziemlich cool. Das ist für mich... PTE. Wäre es aber auf jeden Fall aus. Das ist um... Da Ziel zu Gast. Hogan. Eltern können, hatten wir gerade deinen. Das BSG mitgenommen und Sound genommen. Für das Gartat am sonst so soll schlagen. BZ-Zuspiel-Us-Auswahl, das war das ihr zu das Prozent, ein Karski. Im Kampf gegen NATO hat zusammen mit Nuzolo. Ähm. Als sie wiederbelebt wurden. Und die Tatski sich denn der Kontrolle entzogen hat mit seinem Gehen ihr zu. Wo und? Mehr Zollen gezwungen wurde, sie anzugreifen. Und wenn man schön sind einzufangen, damit nutzt. Ich verstehe auch dieses Jutze, wenn ich mich nicht mehr wohl. Und? Es ist ziemlich cool. So, dann will ich aber sagen. Was das auch schon wieder für diesen Part von Norbert Wolf, Manager Storm 311 Vollmers. Weißes Mehl und... Wie ersehen uns im nächsten Partien, wir uns da und sei weitergereift zu die anschauen. Und zwar die zwei letzten. Und ich würde sagen, dass sein Leben... Tschau. Tschau. Dieter Shimizu Kolonia. Was? Ui. Oh, holy. Also bei Hitachi haben sie eigentlich recht wenig verändert. Oh, das war fast richtig. So, und das Neue zu Hamburger vielleicht mal zeigen. Okay. Wollte ich nur mal gesagt haben. Für das Ska tat, am sonst so soll schlagen. Was hat Ska damit zu tun? BZ-Zuspiel aus Auswahl, das war das ihr zu das Propä... Ba-ba-ba-ba-nein! Ich verstehe auch dieses Jutze, wenn ich nicht mehr wohl. Wenn mich nicht mehr wohl, fuck. Bedammt. Warte, wo war ich? März sollen gezwungen sein, sie anzugreifen, hatte ich schon, ne? So, dann will ich aber sagen, was das auch schon wieder für diesen Part von Norbert Wolf, Manager... Von Norbert Wolf, Manager Storm 3.11. Was? Genau. Alter. Norbert Wolf, Manager Storm. Das neue Spiel mit dem HRS Business Tarif. Oh, holly. Oh, mein, das hätte ich sowas von nicht aussprechen können. Ey, okay. War's das auch schon wieder? Ah, fuck. Da steht, was das auch schon wieder. Ey. Was das auch schon wieder für diesen Part von Norbert Wolf, Manager Storm 3.11. Vollmerz. Weiß es... Nur mit Wolf, Manager Storm 3.11. Vollmerz. Das... Das kann ich so durchgehen lassen. Ja. Und ich würde sagen, dass sein Leben... Schau. Ja. Genau. Unter anderem auch dies. Oh, holly. Gut. Gut. Gut.